Na? Ah! Bonus! Was ist denn hier los? Alter, also ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht, dass es da auch mal einen Bonus gibt, hier der Kniebel. Drehen Sie das Rad. Na, wenn der Scheiße bringt, dann drehe ich am Rad, ja. Äh! Mh! Okay, acht Drehen... 22 Drehen mal 5 wäre natürlich besser gewesen, aber okay. Mal gucken. Schauen wir mal. So, okay. Ah, alles klar. Na gut, Support muss gegeben sein, ne. Ganz klar. Na Lucy, Support muss da sein. Ich bin auch dein Support, wenn es ums Gassi geht, ne. Und Futter geben. Das ist mein Support. Zuhause. Da komm ich jetzt her. Jetzt tut's gut. Wir gehen da noch eine Runde, ne. 5 Minuten noch. Da ist er schon wieder, ja. Bierbursche. Völlig fertig mit der Welt. Ey, komm Kalle Fürster. Peter hat gesagt, ich hab das wie ein Profi gemacht. Hä? War aber auch richtig geil, was da abging, sag ich dir. Peters Zeuge, ja. Mal 10, okay. Da könnt ihr noch mal ein paar Scatter raushauen hier. Ah, Connected, ne. Scheiße. Ah, schade. How much? 96 Euro? Okay. Ja, ich bin bis, äh, April. Ende April bin ich auch zuhause. Ja, Dight or Night. Ich bin völlig kaputt, Dight or Night. Ohne Scheiß. Oh! What das? Was das? How much? Wie ist denn das? Was ist das denn? Was ist das denn? 4100? What the fuck? Eieieieiei Hä? Hä? Oh! Konfetti, bitte! Jawoll! Wo ist denn mein Konfetti? Konfetti! What the fuck? Ja, Mr. Chasen, nicht klar. Oh! Wo ist denn mein Konfetti? Hahaha! Übel! Was ist das denn hier? Mann, 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 Mann! Ja, Loh! Loh, wisst ihr, wie viel das wird? Das waren die Schweine! Hahaha! Haha! Ey, original Bandje! Ja Servus! Ja Grüß Knowing! Vor allem wir brauchen die Rage Hard. Dahin ist es nur an Sticky. So als Info. Direkt Cashout! Hahaha! E complimentary... Ä paj aj 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 Ey! Oh na scheiß! Wie oft haben wir diese Scheiße gespielt? Nie irgendwie einen Bonus bekommen oder sonst irgendwas, ne? Und dann direkt mal sowas. Ja. Übel. Vor allen Dingen, ey, ohne Scheiß, wir hatten ja drei Wild Reels nochmal mit mal, keine Ahnung, drei mal sieben und noch irgendwas und komplett die Schweine connected, ne? So kann's laufen, Onkel Sven. Oh, Mann, 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 Mann. Ey, ohne Scheiß, das hat sich ja direkt nochmal gelohnt, oder? Hey, jetzt sind wir aber schon bei 4.200. Eieieie, komm her, Lucy, komm her. Holy shit, ey. Nochmal 312 Euro, hier läuft's, hier bleibt mal. What the fuck? Komm her, Lucy. Guck mal, was der Papa gewonnen hat. Das gibt's, das gibt wieder ein Leckerli. Das gibt wieder ein Leckerli. Ja. Hab ich was verpasst? Ach, wo, Florian. Nur mal eben so im Dreh 4.200 Euro abgeschnappt. Ganz entspannt heute. Na, Lucy? Ey, damit hab ich im Leben nie gerechnet. Ja, Peter, äh, kikste, hä? 200, Peter, dass du das heute nochmal raushauen musst, damit hätt's dir nie gerechnet, oder? Maximum erreicht, ja? So, Endspin haben wir noch. Okay, schade. Danke dir. Danke, danke, ey, übel. What the fuck, ladies and gentlemen. Das war eine gute Entscheidung, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Das war eine gute Entscheidung, 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 oder? Vielen Dank.